Moin Moin und herzlich Willkommen zu einem weiteren Weekly Chest Opening Video hier auf meinem Kanal mit eurem Brockmining liebte Community Ja, was sehen wir denn da schönes? Ja, wir sehen mit dem DH gerade unsere Vault, wir machen diese jetzt auch mal auf und hoffen natürlich auf geilen Lupen mit unserem DH Ich bin hier mega mega gespannt Ja, da könnten wir jetzt eigentlich denken, was haben wir hier? 415, wir haben aber auch Hände, habe ich auch Wir könnten den Kopf nehmen, dann haben wir, wir könnten den Kopf picken Halskette, völlig bad, also das ist eigentlich so, das ist halt keine mega geile Vault, also ich würde schon fast sagen Ich habe die Hände auf 415, wir nehmen jetzt einfach den Helm auf 421, dann packen wir die Hände, weil die haben wir nämlich Da, auf 418, die habe ich aber schon auf 415 gegradet, die können wir dann nämlich zum T-Set Teil machen Dann wäre das so der maximale Push, den wir eigentlich erfahren würden, was ganz gut wäre Ähm, genau, dann haben wir noch diesen einen, ne, dann haben wir noch den einen Funken, den wir heute investieren wollten, wenn keine Waffe drin wäre Heißt, wir werden noch eine 418er Waffe mit bis jetzt nochmal Kraft, weil wir einen Funken noch über haben Ist okay, ne, könnte natürlich besser sein, aber wir wollen uns mal nicht beklagen Wir nehmen jetzt hier den Helm, den T-Set Boah, ich bin gespannt, was wir für ein 23er Key rausbekommen Ich bin da so mega, so mega wave, was wir kriegen Ja, Kurt of Stars Blizzard, Alter, ich liebe euch Ja gut, den kann man timen, den kann man, actually timen die Woche Die Woche haben wir den noch gar nicht so hoch, glaube ich, 20, ja, 20 schaffen wir 23 sollte dran sein Ja, dann drücke ich euch aber auch ganz, 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 ganz doll die Daumen Dass auch ihr was Geiles in eurer Weekly Chest habt Ich, wie gesagt, ich gönne es euch vom ganzen, ganzen, ganzen Herzen Das, was Gutes drin ist, schreibt es unten gerne in die Kommentare rein Was hattet ihr Schönes in eurer Weekly Chest drin Ansonsten natürlich auch jederzeit einfach, ja, ein Like da lassen Ihr wisst, meine Freunde, Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Schirmchen Und bringt diesen Kanal hier natürlich auch voran Ansonsten bleibt alle gesund, bleibt alle munter Vielen, vielen Dank für eure Liebe, für euer Einschalten hier immer Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video Bis dahin, reingehauen, ich bin raus, euer Brocken